Hallo, schön, dass du reinschaust. Ich möchte dir heute zeigen, wie man diesen Nikolausstiefel, diesen Weihnachtsstiefel zur Deko als Geschenkverpackung für den Nikolausabend für Groß und Klein selber häkeln kann. Man kann ganz viel damit machen. Ich gebe dir auch Tipps, erzähle dir Tricks, wie man dekorieren kann. Erst zum Aufhängen und ich zeige dir Schritt für Schritt, wie man ihn häkelt. Man braucht gar nicht viel dafür. Es sieht vielleicht ein bisschen komplizierter aus, als wie es ist, aber es ist machbar und wie, das zeige ich dir gerne jetzt. Hallo, schön, dass du bei mir reinschaust. Zur beleuchteten Weihnachtsmütze, Nikolausmütze, die ich euch schon gezeigt habe, kommt heute der Nikolausstiefel. Der ist einfach zu häkeln. Und wie einfach, das zeige ich dir nun. Wir brauchen dafür zwei Knäuel rote Wolle. Und zwar etwa 50 Gramm 90 Meter. Und für eine Jäkelnadel 5 bis 6. Es kann aber auch eine 6,5 Nadel sein. Es reicht auch manchmal ein Knäuel, aber dann wird es sehr, sehr knapp. Und wenn jemand ein bisschen lockerer häkelt, reicht es hinten und vorne nicht. Also lieber gleich zwei Knäuel besorgen. Und dann brauchen wir noch ein Knäuel von dieser Mikrofaserwolle. Das sieht so aus wie Schnee, wie Fell. Und damit häkeln wir dann den Bund. Aber vielleicht habt ihr auch noch einen Rest von der Mütze, wenn ihr die mit mir gehäkelt habt. Und natürlich Reste immer gern verwenden. Den Stern hatte ich euch schon gezeigt. Der ist aus einem anderen Video. Da braucht man 100% Baumwolle für. Aber ich zeige euch noch verschiedene Möglichkeiten zum Dekorieren von dem Nikolausstiefel. Und dann würde ich sagen, wir fangen einfach mal an. Wie gesagt, wir brauchen eine 5er, 5,5 oder 6er Häkelnadel. Und wir fangen an mit drei Luftmaschen. 1, 2, 3. Die schließen wir zu einem Ring mit einer Öse. Und das war es schon. So, dann zwei Luftmaschen. Und in diesem Kreis nun 5 feste Maschen hinan. 1, 2, 3, 4, 5. Und wir schließen wieder mit einer Öse. Manche sagen auch Kettmasche dazu. Bei mir ist es eine Öse. Ich aus der oberen Luftmasche eine Schlaufe ziehen durch die hintere. Schon haben wir geschlossen. Am Anfang gibt es immer zwei Luftmaschen. Egal was wir machen. Ich häkel halt mit Naht. Nicht als rundherum. Damit wir genau sehen, in welcher Reihe wir sind. Und das ist wirklich viel einfacher. Jetzt machen wir zwei Reihen. Darüber. Es sind 5 feste Maschen. Und wir müssen zwei Reihen darüber häkeln. Damit wir dann unsere Schuhspitze bekommen. Wir häkeln von der Spitze hoch zum Schaft. Also zwei Reihen. Jetzt bitte häkeln. Und am Anfang immer zwei Luftmaschen. Nun müssen wir zunehmen. Anfang wieder zwei Luftmaschen. Dann nehmen wir eine feste Masche. Eine feste Maschen. Und dann zwei feste Maschen. In die eine. Eine einzelne feste Masche. Eine einzelne feste Masche. Und in die nächste wieder zwei feste Maschen. Eins. Zwei. Dann wieder eine feste Masche. Und eine feste Masche. Und wir schließen die Runde. So und jetzt müssen wir weiterhin zunehmen. Eins. Zwei. Und wieder. Eine feste. Eine feste. Und dann zwei feste. Eine feste. Eine feste. Und zwei feste. Eine feste. Eine feste. Und zwei. Und dann noch eine feste. Noch eine feste. Und wieder die Reihe schließen. Und das müssen wir jetzt noch zwei Reihen lang machen. Also eine, eine, zwei. Eine, eine, zwei. Müssen wir jetzt zwei Reihen nochmal zunehmen. Wie die letzten beiden Reihen. Jetzt ist so eine Spitze entstanden. Und jetzt müssen wir nochmal fünf Reihen häkeln. Immer am Anfang zwei Luftmaschen. Ohne Zunahme. Einfach fünf Reihen häkeln. Ohne Zunahme. Und dann, nach diesen fünf Reihen müssen wir wieder zunehmen. Das bedeutet dann aber, fünfmal eine feste Masche und in die sechste zwei. Dann wieder fünfmal eine und in die sechste zwei. Darauf eine Reihe ohne Zunahme. Und da in der nächsten Reihe ist dann wieder fünfmal eine Masche und in der sechsten zwei. Fünfmal eine Masche und in der sechsten zwei. Und wenn wir das geschafft haben und immer am Anfang zwei Luftmaschen gemacht haben, dann müssen wir darauf nochmal vier Reihen ohne Zunahme häkeln. Jetzt kommen wir zur Ferse. Wir machen nur eine Luftmasche. Hier können dann zwölf Maschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Eine Luftmasche. Drehen. Und jetzt häkeln wir die erste und zweite Masche zusammen. Wir müssen vorne immer eine abnehmen. Dann häkeln wir weiter die elf Maschen jetzt. Und wir häkeln so lange ab, bis wir nur noch drei Maschen haben. Aber das zeige ich nochmal. So, wir sind vorne, eine Luftmasche. Drehen. Die erste hinein, die zweite heraus und eine feste. Also haben wir wieder eine abgenommen. So, wieder auf die andere Seite. Einmal zeige ich es noch. Und jetzt kommen wir zur letzten. Einstecken. Eine Luftmasche. Drehen. Die erste und zweite. Also die erste hinein. Zweite raus. Eine feste. Und auf die andere Seite. Und das machen wir jetzt so lange. Am Anfang immer erste und zweite zusammen häkeln. Mit einer Luftmasche zum Drehen. Bis wir nur noch drei feste Maschen haben. Und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. So, jetzt haben wir fertig abgenommen. Jetzt machen wir eine Luftmasche. Und dann häkeln wir hier raus aus den Seiten sieben Luftmaschen. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. So, und dann gehen wir in die Seite hinein, was hoch steht. Machen eine Öse und ziehen die durch. Wir verbinden jetzt da den Spann oben, das Oberteil mit der Ferse. So, dann drehen wir hier rum und häkeln ab, ohne eine Luftmasche am Anfang. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Die sieben Neugefangenen. So, dann die drei hinten, die wir stehen gelassen haben vom Abnehmen. Eins. Zwei. Drei. Und dann müssen wir auf der anderen Seite von unserer Ferse noch mal sieben Maschen anhäkeln. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Moment. Fünf. Sechs. Sieben. Und in den Spann, den Oberfuß, den wir nach oben haben, nehmen wir jetzt eine Masche, eine Öse. Ich mache es mal langsam. Eine Öse und ziehen sie nach hinten weg und drehen das Ganze. So, und jetzt häkeln wir wieder die Ferse ab. Rundherum. Und dann müssen wir auf der anderen Seite wieder verbinden. Das zeige ich euch aber jetzt nochmal, weil das gar nicht so einfach ist. Aber wir häkeln jetzt erstmal ohne den Spann zu häkeln, den Oberfuß, unsere Ferse von hinten hoch. Und deswegen müssen wir als hin und her statt rundherum hin und her. Jetzt sind wir gleich wieder vorne. Und dann müssen wir in den Oberfuß wieder, in die eine Masche hinein, Faden genommen, durch die Öse gezogen, drehen. Und wieder nach hinten häkeln. Und so häkeln wir jetzt erstmal unsere Ferse nach oben, damit wir dann den Knöchelbereich und die Wade hoch häkeln können. Aber jetzt brauchen wir erstmal eine Höhe für unsere Ferse. Wir sind da gleich wieder vorne und verbinden es mit einer Öse. Letzte Masche. Wir kommen in die Masche des Spanns, des Oberfußes. Wir ziehen uns eine Öse heraus, verbinden es, drehen es und häkeln wieder zurück die Ferse. Jetzt will ich es euch mal zeigen. So muss es von der Seite aussehen. Und wir müssten noch etwa viermal das machen. Und dann können wir schon anfangen mit dem Bereich, den wir für den Knöchelbereich und die Wade brauchen. Also viermal müssen wir jetzt dann noch hier vorne ansetzen mit einer Öse. Ihr seht, wie die Ferse jetzt als weiter wächst. Wir setzen immer noch weiter hier vorne an. Mit einer Öse drehen es ohne Luftmasche und häkeln wieder zurück. Und wir müssen so lange hin und her häkeln und mit einer Öse verbinden, bis wir auf dem Oberfuß, da wo wir nur ansetzen für unseren Spann, noch neun Maschen haben. Und wenn wir neun Maschen haben, dann fangen wir an, als rundherum zu häkeln. Immer rundherum für die Wade. Und dann könnt ihr es so hoch häkeln, wie ihr möchtet. Bedenkt nur, es kommt noch der weiße Wander. Wir haben jetzt lang genug angehäkelt. Hier oben sind jetzt da noch neun Maschen auf dem Oberfuß. Jetzt müssen wir als rundherum häkeln. Ihr müsst nur gucken, falls ihr zehn Maschen habt, ist das auch nicht schlimm. Ihr müsst nur auf der äußeren Reihe sein, damit ihr jetzt als rundherum häkeln könnt. Und dann häkel ich den Schaft jetzt. Ich habe jetzt schon mal weiter gemacht. Fünf Reihen bitte häkeln. Und dann in der ersten Masche zwei Maschen in eine. Dann fünf einzelne. Wieder zwei in eine in der sechsten. Fünf einzelne, zwei in die sechste. Und dann auf elf Zentimeter. Elf Zentimeter Schaft sind jetzt gehäkelt. Bitte den Schuh einmal flach auf den Tisch legen. Und dann genau hier hinten bei der Wade aufhören. So, dann machen wir als erstes den Aufhänger. Wir machen zwölf Luftmaschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Und machen nochmal in die gleiche, wie wir die letzte feste Masche gemacht haben, auch eine feste Masche. Und das ist jetzt unser Aufhänger. Jetzt nehmen wir die Mikrofaserwolle. Wir schneiden den roten Faden gleich großzügig ab. Und wechseln auf die Mikrofaserwolle. Einfach die Mikrofaserwolle über die Nadel legen. Einmal durchziehen. Und dann am besten beide Fäden einmal eine Luftmasche machen. Dann hält das besser. Und dann häkeln wir mit einem Faden weiter. Und zwar müssen wir jetzt ein klein bisschen zunehmen. Eine Masche, noch eine Masche. Also in den nächsten drei. Jetzt machen wir erst das Muster noch. Eine feste, noch eine feste und noch eine feste. Also drei feste Maschen. Und dann gehen wir nicht in die dritte, sondern eins, zwei, drei runter. Wir machen eine tiefe Masche. Ich zeige es noch mal. Eine feste, noch eine feste. Also drei einzelne feste Maschen. Und dann gehen wir tiefer. Nicht in die nächste, sondern eins, zwei, drei Löcher runter. Ganz locker, damit wir so eine lange, tiefe Masche bekommen. So, dann wieder drei einzelne. Eins, zwei, drei. Die tiefe. Dieses Loch, Masche nicht, sondern eins, zwei, drei Löcher. Jetzt wieder drei einzelne. So machen wir die Reihe jetzt fertig. Schließen mit einer Öse. Und dann müssen wir in der nächsten Reihe etwas zunehmen. Und zwar häkeln wir in die erste weiße feste Masche zwei feste Maschen ein. Dann fünf einzelne und in die sechste zwei. Dann fünf einzelne und die sechste wieder zwei. Und darüber machen wir dann noch mal drei Reihen. Drei Reihen feste Maschen ohne Zunahme. Und die letzte Reihe wird so gehäkelt. Wir machen eine feste Masche und vier Luftmaschen. Eine feste Masche und vier Luftmaschen. Eine feste Masche, vier Luftmaschen. Ohne zuzunehmen, nur die Luftmaschen halt. Also wie gesagt, vier Luftmaschen immer zwischen jeder festen Masche. Damit wir so einen tollen Rand hier bekommen. So etwas ganz Besonderes. Und das ist jetzt unsere nächste Aufgabe. Dann zeige ich euch noch hier das Band. Und das war es dann auch schon. Bis auf die Dekoration. Zur Sicherheit zeige ich euch noch mal, wie wir an der Öse vorbeihäkeln. Eins, zwei. Und wir ziehen diese Masche und die Masche der Öse einfach zusammen. Wir gehen in beide hinein und machen dann die feste und ziehen sie zusammen. Und schließen dann mit einer Öse diese Reihe. Und am Anfang dann immer zwei Luftmaschen. Wie gesagt, jetzt kommen die Zunahmenreihe. Und dann die Reihen darüber. Und die letzte Reihe mit den vier Luftmaschen dazwischen. Aber am Anfang immer zwei Luftmaschen. Und so ist jetzt der Aufhänger und die erste Reihe geschafft. Der Stiefel ist jetzt fast fertig. Wir müssen natürlich noch die Fäden vernähen. Ihr könnt den Umschlag so offen lassen. Oder ihr klappt ihn rum. Also es geht dann beides. So, jetzt brauchen wir natürlich noch ein Zugband oben. Wenn wir es zumachen wollen, wenn ihr es befüllen wollt, brauchen wir natürlich noch ein Band. Das geht ganz einfach. Ihr könnt das in Rot machen. Ihr könnt das in Weiß machen. Oder als Kombi dann einfach den Rest von dem Rot und dem Weiß zusammennehmen. Und damit eine Luftmaschenkette häkeln. So ungefähr 70 Luftmaschen braucht ihr. Und die ziehen wir dann durch den Stiefel. Alles wieder mit der Häkelnadel. Dann geht es am einfachsten. Und dann könnt ihr auch den Stiefel, wenn ihr ihn befüllen wollt, zubinden. Oder einfach nur als Deko gedacht. Wie gesagt, jetzt machen wir erstmal die Luftmaschen. Und dann zeige ich euch, wie man das einzieht. Die Luftmaschenkette ist fertig. So ein bisschen großzügig abschneiden. Durchziehen. Ich verniere hier die Fäden nicht. Ich mache da nur einen großen Knoten rein. So und dann fange ich an mit dem Durchziehen. Ich gehe einfach von innen nach außen. Und ziehe mir die Luftmaschenkette dann immer durch. Und das abwechselnd immer zwischen den tiefen Maschen. Hier gehe ich wieder raus. Und ziehe es nach vorne. So, dann komme ich von innen nach außen. Und dann hole ich mir das rundherum immer zwischen den tiefen Maschen. Und ziehe mir das Band ein. Das geht mit der Häkelnadel ziemlich einfach. Schön durchziehen. Dann kann man vorne eine Schlaufe machen. Und wenn man befüllen sollte für die Kinder oder den Liebsten, die Liebste. Das ist schon ein tolles Geschenk. Und so fällt auch nichts raus. Oder man hängt es irgendwo als Deko auf. Aber dann kann man dann auch noch ein paar grüne Äste hinein tun. Und ein paar Kugeln dran hängen. Als Dekosäckchen. Dann würde ich nur den Stiefel ein bisschen befüllen mit Zeitungspapier. Dass er ein bisschen so 3D-Effekt bekommt. Dann ein paar Kugeln hin. Also wie gesagt, grüne Äste, Coniferen oder sonst was. Was nicht nadelt. Ein paar Kugeln dran. Vielleicht die Gegensterne, die ich euch gezeigt habe. Die kann man toll dran machen. Oder die Sterne aus Butterbrotpapier. Die sind nicht so schwer und würden nicht so runterziehen. So, jetzt habe ich das Band durchgezogen. Ihr seht, wie schnell das geht. Dann kannst du einfach knoten. So, und weil ich das nicht vernähe. Ich mache am Ende einfach nur dicken Knoten. Dann zieht sich das auch nicht mehr raus, das Band. Und dann hat sich das auch. Kannst du noch ein bisschen kürzer schneiden, die Fäden. Oder kannst du so hängen lassen, wie man möchte. So, der reine Stiefel ist fertig. Hier habe ich dann diesen geägelten Stern von mir aus dem Video drauf geklebt. Man kann ihn aber auch drauf nähen, wie ihr wollt. Und noch aus Holz so ein kleiner Hirsch. Was ganz, ganz wichtig ist, wenn ihr kleine Kinder habt, die diesen Stiefel kriegen sollen, dann muss alles gut fest genäht werden, damit die Kinder auf gar keinen Fall irgendwas verschlucken und es gefährlich wird. Das ist ganz, ganz wichtig. Bitte dann vernähen und solche Sachen vielleicht ganz lassen. Jetzt zeige ich euch noch eine kleine, schnelle Dekoration. Dieses Filzteil habe ich gekauft. Das kleben wir einfach auf. Wie gesagt, bei Kindern bitte annähen. So, und dann habe ich hier noch ein Teil. Das ist einfach künstlicher Buchs mit weißen Perlchen und da ist Draht drinne. Und daraus drehen wir uns jetzt ein Herz. Die zwei Enden zusammen gedreht. Das ist alles. Feste drehen. Und dann knicken wir uns hier oben das Herz ein. So. Das ist wirklich alles. So schnell hat man ein Herz gemacht. So, und dieses kleben wir jetzt noch um den Hirsch herum. Und den können wir mit Heißkleber oder Flüssigkleber aufkleben, wie ihr das möchtet. Und dann ist diese Dekoration dann auch fertig. Dann hatte ich euch schon gezeigt, diese kleinen Eierwärmer-Dekomützen. Da habe ich einen Schneestern drauf gestickt. Das wird ganz genau gezeigt in meinem Video dafür. Hier ist ein Filz Rehkitz drauf. Das könnte man hier auch drauf machen. Das ist aus Filz und kann man aufnähen. Und dann noch einen Schneestern. Also da gibt es ganz, ganz viel. Und das zeige ich hauptsächlich jetzt in dem Video von den kleinen Eierwärmern. Und dann hoffe ich wirklich sehr, euch hat der Nikolausstiefel gefallen. Meine Deko-Idee für euch. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinschaut. Ganz, ganz, ganz liebe Grüße. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.